Aber ich habe erfahren, dass Sie sich einmal mutig in die Bresche geschmissen haben. Sie haben sich ein Tattoo machen lassen, damit ein Mädchen sich das nicht machen lässt. Was ist das bitte für eine Geschichte? Die Geschichte ist, und zwar war das mit meiner ehemaligen Freundin, das ist schon ein paar Jahre her, muss ich sagen. Und zwar hat sie mich in New York besucht und sie wollte sich unbedingt ein Tattoo stechen lassen. Ich mag das ja bei Frauen nicht so. Wieso? Geschmackssache. Jedenfalls habe ich dann gesagt, nee, mach es lieber nicht. Und damit du siehst, wie unangenehm das ist und wie weh das tut, mache ich jetzt, dann lasse ich mir eins stechen. Oh, bescheuert. Aber egal, lasse ich mir eins stechen und hoffentlich danach siehst du, das ist eigentlich völliger Schwachsinn. So, aber das hat nicht funktioniert. Mit anderen Worten, sie hat auch eins, jetzt habt ihr beide eins. Genau, sie hat mich auf mich gehört, aber naja, wir sind immer noch gute Freunde. Sie gehen auf Tournee in Leipzig, fängt es an, am 27. glaube ich. Am 26. ist Leipzig, Tourstart, und dann geht es einmal kreuz und quer durch Deutschland. Wir haben, glaube ich, 23 oder 24 Konzerte, also ich glaube, in jeder Region einmal. Und da ist das Allerwichtigste, dass Sie bei stabiler Gesundheit bleiben, denn man kann kein Konzert geben, wenn man erkältet ist, wenn man Fieber hat. Also ich habe sicherlich auch schon Konzerte mit Fieber und Erkältung gespielt, ist natürlich nicht so angenehm. Das muss ich schon sagen. Sind Sie gegen Grippe geimpft? Nein, bin ich nicht. Das würde ich machen vor so einer Tour. Wirklich? Ich weiß nicht, ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig, wenn es um solche Sachen geht. Also ich glaube einfach, wenn man gesund lebt und gut isst und auch mal ein bisschen Vitamin C reinhaut, dann geht das auch ohne. Der Mann, der so vorsichtig ist, hat eine millionenschwere Geige kaputt gemacht, weil er auf Sie draufgefallen ist. Ja, nicht absichtlich, also das muss ich immer wieder erklären, das war wirklich ein furchtbarer Unfall und für mich war es überhaupt das Schlimmste überhaupt, dass ich meine eigene Geige natürlich kaputt gemacht habe in dem Moment. Repariert ist sie nachher, aber hat natürlich nicht mehr so geklungen. Und das, was hier bei Ihnen auf dem Schoß liegt, das müssen wir uns nochmal andächtig und ehrfürchtig anschauen. Das ist eine Stradivari aus dem Jahr 1700, wann? 17, Moment, ich schau mal nach, 17, 16. 17, 16 und hat den Schätzwert von? Also es ist versichert für 5 Millionen, also das ist ja dann der Schätzwert. Herr Gerrit, bitte, wir passen jetzt schön auf, dass Sie gut mit der Geige hier wieder rauskommen. Ich drücke Ihnen für die Tournee alles, alles Gute. Und für Ihr Album, Platz 1 sind Sie schon, jetzt gilt es nur noch den Platz 1 zu verteidigen. Absolut, da arbeiten wir dran. Und was spielen Sie uns zum Schluss? Ich würde gerne was vom Album spielen, aber das dürfen Sie sich aussuchen. Das haben Sie alles sofort drauf, wenn ich da sage, das war das. Sie hätten auch was ganz anderes fragen können. Also was ist Ihr Lieblingsviolinkonzert oder Sonate? Also ich höre wahnsinnig gern Mozart. Wirklich? Mozart-Violinkonzert? Ja. Alle damit einverstanden? G-Dur? ? G-Dur? G-Dur? Ver organizations? Das ist natürlich ein bisschen schöner mit Orchester. Und jetzt zum Schluss Ihren Lieblingstitel von Ihrem Album. Lieblingstitel vom Album, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen ungewöhnlicher Titel und zwar von Metallica, Master of Puppets, aber es ist ein unglaublich virtuoses Stück auf der Gitarre und ich glaube, auf der Geige ist es nicht einfacher. Und jetzt schreien sogar die 60-Jährigen. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute für die Tür. Ja, wenn einer sowas kann, dann hat er natürlich auch diesen riesen Applaus verdient. Und es ist ja so überraschend, dass er auf Zuruf alles aus der Tasche ziehen kann und es auch funktioniert, als hätte er stundenlang geübt. Aber er hat höchstwahrscheinlich in seinem Leben für sein Alter in manchen Momenten eben etwas getan, was die anderen Gleichaltrigen versäumt haben. Ja, das ist ja so überraschend. Ja, das ist ja so überraschend.